Ich brauche noch ein Eisen, hätte ich ein Eisen. Liegt hier ein Eisen? Ich habe ein Eisenschwert. Das ist jetzt riskant, würde ich mal sagen. Scheiße, ich hatte doch Sticks, ich hatte doch Sticks. Ah, kacke. Wer, der schubst mich jetzt runter. Es ist noch keine Gefahr. Ja, ich habe ein Eisenschwert. Boah, da kommt einer. Willkommen, meine lieben Jörg, es ist einer neuen Runde Survival Games zusammen mit etwas Verspätung, sage ich auch seinen Namen mit Delay LP. Hallo. Ja, hi. Hallo. Super Witz am Anfang. Ja, wie immer. Passt immer. Du hast halt einen blauen Mann an, ne? In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Oh Gott. Warst du schon mal die Map gespielt? Äh, nein. Rückwärts, 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 rückwärts. Ich habe ein Steinschwert, was? Ja, rückwärts. Bin hinter dir, bin hinter dir, bin hinter dir. Jawohl. Oh, du hast ein Steinschwert? Oh ja. Das ist ja phänomenal. Ich habe einen Rudel Sword. Oh, die Runde beginnt gut, die Runde beginnt gut. Okay, hinter uns ist jemand. Du hast voll den auffälligen Skin, ne? Wenn er so blau ist, ne? Du hast ein neongrünes Oberteil an. Hallo, das ist Diener Style. Ja. Lass mal ein bisschen laufen, um mehr Sachen zu bekommen. Und dann, wenn jemand ankommt, ich habe klatschen den Tod, Alter. Jo. Jo, lad. Also, wer die Delay LP übrigens noch nicht kennt, erster Link oben in der Beschreibung. Führt zu dem Spachroder hin. Er hat auch so einen YouTube-Kanal. Kann man das hier öffnen? Äh, du kannst nur diese komischen Sachen halt öffnen. Okay, okay, okay. Äh, da war noch Fleisch drin. Und eine goldene Leggings. Sehe ich süß aus? Heiß, oder? Ach da. Oh. Die ist sogar Lila von mir im Pack. Lila? Lila und Gold. Ja, eine Mischung. Ähm, scheiße, wir brauchen noch mehr Sachen, weil ich habe noch kein Steinschwert und noch fast keine Rüstung. Ach, das läuft schon. Ich habe, äh, was zu essen auch ein bisschen und, äh, Pfeile. Siehst du, wo ich bin? Was tut das dann? Ach, man kann mit einem Schwert keine Kisten öffnen, ne? So war das hier. Ne, genau. Das ist, ich weiß auch nicht. Ich habe einen goldenen Helm. Ja, gut. Aber wir müssen noch mehr schaffen. Ich glaube, ich habe dich verloren. Wo bist du? Äh, hier, hier hochkommen. So siehst du an der Mauer. Geh mal an die Mauer ran und guck an der Mauer entlang. Passt. Ja. Andere Richtung. Zurück, 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 zurück. Welche Mauer? Ja, hier. Siehst du das nicht? Ach, da oben. Ne, das ist jemand anders. Doch, doch. Hier, komm zurück. Lauf, lauf, lauf. Geradeaus. Geradeaus, okay. Ja, genau. Hier oben. Ach, da. Okay, okay. Siehst du die Leiter hier? Da, am Haus lang. Am Haus. Andere, andere Ecke vom Haus. Zurück. Ah. Ah. Seid zurück. Wohin? Da ist die Mauer. Ach, hier, hier, hier. Okay, 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 okay. Nicht so panisch. Ja, aber wir sterben sonst. Ich sag dir's. Das ist nämlich... Ach. Das sind die Besten. Das passt. Besten von Welt oder von Kosmos, meinst du? Jawohl. Die Beste von Kosmos. Geht's hier irgendwo hoch? Ich war hier noch nicht. Ich auch nicht. Ah, da ist einer. Den klatschen wir. Uh, klatschen, klatschen. Du bist weit weg, ne? Äh, nee. Es geht. Ich glaube, der hat kein Schwert. Zumindest hat er gerade keins ausgewählt. Ich klatsche nicht. Klatsche nicht. Klatsche nicht. Oh Gott, ich fall bestimmt runter. Wir haben ihn runtergeklatscht. Jetzt läuft er weg. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Ne, ist ein Huhn. Oh, gut. Aber der sah auch aus wie ein Huhn. Okay. Geht's hier irgendwie hoch? Hier. Hier geht's hoch. Scheiße, ich wette, der hat sich schon alle Sachen aus den Kisten eingesammelt. Hier ist noch eine Kiste. Ach, die kennen wahrscheinlich schon die ganzen Wege hier und so, ne? Ja, eben. Die sind alle Pros. Und ich bin immer nicht so ein Pro. Das ist voll kacke. Voll gar nicht gut. Ähm, hier ist auch nichts drin. Scheiße. Was machen wir denn jetzt, mein Lieber? Hm. Was hast du für Rüstung? Nur einen Helm. Ich hab nur eine Leggings. Hm, hm. Da hinten ist noch eine Kiste. Wollen wir es da versuchen? Ja. Oh Gott. Upp. Schaffst du es da hin zu springen? Ich bin hinter dir. Okay. Okay, das ist ja natürlich toll. 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 Oh, hier war noch ein Helm drin. Und ein bisschen was zu essen. Sehr gut. Ich brauch langsam was zu essen. Also ich hab im Moment... Ich hab auch was. Ich hab noch einen Apfel. Und ich hätte auch noch, wenn ich Pilze hätte, hätte ich noch unendlich essen. Weil ich hab ne Truhe. Ich meine, ne Schüssel. Schale, ja. Schale. Da unten hab ich den Namen immer noch gesehen. Ich sag's dir, den klatschen wir noch. Da hinten ist ein Name. Wie oft hast du den getroffen? Zweimal, aber das ist aber ein anderer. Der hat... Der hat ne Steinachst, aber keine Rüstung. So wie's ausschaut. Wollen wir den klatschen? Bist du hinter mir? Hier ist ne Kiste, hier ist ne Kiste. Ist was drin? Äh, Goldschwert. Aber brauchen wir nicht. Ich nimm's trotzdem mit. Ja. Knochen und Spinnennetz. Kriegen die anderen das nicht. Jo. Hier auch noch ne Kiste. Oh, hier war auch noch was drin. Dann ist die Kiste hier, äh, glaub ich, auch noch nicht. Die da drüben. Kommst du da an? Nicht runterfallen. Ah, ja. Ich probier mal. Nein! Hast du mich geschlagen? Was, 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 was? Nein! Hä, wieso wurde ich denn runtergeschlagen? Weiß nicht. Hä? Hat mich jemand irgendwie geschlagen? Warte, komm ich hier wieder hoch? Pfeil und Bogen oder so, aber ich seh keinen. Ich hab echt nichts gemacht. Ich wurde echt runtergeschlagen, direkt neben dir. Voll creepy. Aber hier im... Nein, nein, nein! Oh, fast. Was tust du? Das Schwein da unten hat mich abgelenkt. Soll ich auch nach unten kommen? Schwein... Äh, nein, ich bin schon wieder oben fast. Okay, nein, okay. Nein! Komm ich hier auf meiner Seite überhaupt hoch? Ich bin grad zu blöd, hier hochzukommen. Wirklich? Siehst du mich hier? Ja, ja, ja. Das ist leid, ja. Ich schaff da nicht. Ja, und, und? Oh Gott, oh Gott. Yes. Weißt du erst mal was? Moment. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Oder? Nein, nein, nein. Zweieinhalb Herzen. Okay, ich hab grad ein Standbild. Gut, gut. Aber das ist immer schön. Ja, da stehst du. Oder ist ein Leck vom Server? Du musst mich jetzt beschützen. Nee, Standbild. Nee, da unten kommt einer. Oh Gott. Der läuft weg. Du kannst dich auch nicht duten, ne? Du stehst einfach nur so. Ich, nee. Minecraft hängt gerade. Wenn ich jetzt, äh... Du willst schon in den Top 13? Du bist schon in den Top 13? Oh Gott. Los. Ja, aber... Bitte. Oh Gott. Ich glaub bei dir... Oh, du bist tot. Hier steht, du bist tot. Oh nein! Du bist tot! Wenn man disconnected stirbt, Mann. Ja, ich... Ja, natürlich. Ach, du bist zwar erst... Oh, jetzt ist es abgestürzt, ja. Mensch! Du bist zwar erst... Du bist zwar erst mit Verzögerung abgestorben, aber... Ach, Mann! Ja, toll! Oh, Mann! Mann! Du siehst mir tot. Jetzt muss ich die Runde noch retten für dich. Ja? Ich kämpfe dich. Ach, du hattest noch Sachen, ne? Die sammle ich mal ein. Äh, ja. Ein Steinschwert hast du jetzt. Stimmt. Du musst es jetzt schaffen. Du musst gewinnen für uns. Ah, ich schaff das. Kein Ding für den King. Ähm... Wie viele waren noch am Leben? Pipapo 15? Nee, ich weiß nicht. Ähm, ich glaub noch 10 oder so. Noch 12. Also außer mir 11. Äh, aber ich seh dein Steinschwert nicht. Also hier liegt irgendwie keins. Nur ein Goldschwert. Dann liegt es vielleicht noch oben irgendwo. Oder es ist untergefallen. Oder auf merkwürdige Weise wurde es zerstört. Atomisiert oder sowas. Das kann auch sein. Aber wo war es? Denn da hinten, da baggen irgendwie Items. Ja, ich sehe es! Oh Mann, komm zu mir! Ich schaff den Sprung hinter mich immer. Nein, 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 nein. Ich schaff den Sprung hier nicht rüber. Wenn du wieder... Du kannst wieder auf genau den Server kommen. Und du kannst mich beobachten mit einem Kompass. Oh. Ich komm da aber noch hin. Aber ich seh das ja da rumschwingen. Wie kommt man denn da hoch? Scheiße. Da ist das Schwert bestimmt weg. Oh Gott. Nein. Jetzt muss ich... Ja, muss ich schauen, wie ich das schaffe. Vielleicht komm ich da hoch. Ja, ich glaub, hier komm ich hoch. Ich wette gleich, kommt jemand von hinten und klatscht mich einfach so um. Ne, 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 ne. So nicht. Ah, ich glaub, ich bin auf einem guten Weg. Ich kämpfe nicht. Ich hab die Map hier ein paar Mal schon gespielt, aber auf den Häusern hier war ich nie so. Das hab ich erst mit dir zusammen geschafft. Welche... War das nochmal? Ich habe ja noch... Wow. Ich glaube, es war 21. Okay. Aber bin noch nicht sure. Aber ich glaub schon. Und dann musst du da diesen Kompass benutzen. Also rechts auf dem Kompass oder sowas. Mhm. Und dann kannst du da meinen Namen wählen. Ich seh schon. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ne. Ah, bapapapapaa. Nein. Ah, Mann. Oh, ich fall hier voll runter. Irgendwie muss ich nämlich auf das Haus da raufkommen, um deine Sachen da zu bekommen, weißt du? Ich hab auch schon alle deine Sachen, bis auf das scheiß Schwert da. Ich schaff das nicht, da hochzuspringen. Weil da über mir was ist. Ja, geschafft. Geschafft. Siehst du mich? Ne. Ich suche gerade noch den Server. Wenn du den Kompass benutzt. Ja, ja, aber 1,20 war es nicht. Moment. Sicher? Sicher? Bist du dir sicher? Ah, scheiße, war das jetzt hier. Hm. Ich such mal ein bisschen. Ah, ich seh's, ich seh's. Wie komm ich denn da hin? Oh Gott. Scheiße, ich wette das jeden Moment weg. Ich glaub, ich muss hier so springen. Ah, nein. Das Schwert ist direkt über mir. Das Schwert ist direkt über mir, weißt du? Ich dachte, du hättest das Steinschwert jetzt schon. Nein. Ich bin direkt dran vorbeigesprungen. Liegt das da nicht einfach oben, wo ich stand? Ja, aber es ist voll schwer, da hinzukommen. Voll schwer. Ernsthaft. Also, wenn ich das dahin geschafft hab, dann du erst recht. Ja, ich probier's jetzt nochmal. Das Ding ist nur, der ist ja irgendwann weg. Nach fünf Minuten oder sowas, ne? Weißt du das Item? Nach fünf Minuten? Fünf Minuten dauert das. Ja. Sind die schon oben? So, ich hab jetzt... Ich hab den Server gefunden. Ah. Es wird schon nachtgleich. Ich spectate dich. Siehst du jetzt, wo das Schwert ist? Ähm. Ich glaub, das ist nämlich hier unter mir. Ich seh Weizen und Hühnchen und, äh... Ich steh hier oben, ich kletter hier. Ja, ja, ich seh gerade. Da unten ist das. Nein, ist schon weg. Ich seh nur noch Weizen. Ja. Hä? Aber warum ist das zuerst? Nee, ich hab's in meinem Inventar. Ich hab's beim Runterfallen, glaub ich, eingesammelt. Ja, ja. Supi. Jetzt kann ich dir ja voll helfen hier. Ist ja voll unfair. Ja, ghosting. Du darfst mir nicht zu sehr vorsagen. Das ist unfair. Nee, 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 nee. So. Du darfst nur mein Dehner-Style ausgleichen, so. Damit das fair ist, so insgesamt. Weil ich bin ja auch unfair gestorben. Muss man ja auch dazu sagen, ne? Ja, eben, eben, eben. Das kommt dazu. Es wird gleich nachts, das heißt, die Kisten werden nachgefüllt. Das heißt, alle kommen hier in die Mitte der Stadt. Weil in der Mitte, ich weiß ja nicht, wie häufig du The Hive spielst. Ah! Ich glaub, das war ne Falle. Ähm. Da sind immer die besten Sachen danach, ja. Okay. Siehst du hier die Mitte der Stadt? Ja. Wenn der Mond ins Ghetto kracht, wie Kedos immer sagt, dann werden nämlich die Kisten nachgefüllt. Das ist schneller als mein Ding. Siehst du den Mond schon? Ähm. Ja, langsam. Okay. Aber noch nicht, er ist noch nicht ins Ghetto gekracht, ne? Nee, 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 noch nicht. Okay, okay. Ja, man weiß das nie, ne? Soll ich jetzt in der Mitte hier sneaken und warten, bis jemand kommt, oder ist das zu brandgefährlich? Also noch bist du auf jeden Fall alleine. Ja. Du darfst, aber das ist auch unfair, wenn du jetzt sagst, ja, von links, rechts, zwölf Uhr kommt einer. Ich brauch nur so subjektive Einschätzungen, so. Das Bauchgefühl, ja? Was sagten, was sagten ja die LLP so, ja, kann sein, muss sein. Ganz zufällig, ups. Ach, hier kann man ja voll runterfallen. Ja, in die Mitte, ne? Da ist dann Lava. Da bin ich mal reingefallen mit einem Diamantschwert. In meiner ersten Runde, die ich hier, glaube ich, gespielt hab, bin ich in die Mitte gegangen, hatte am Ende richtig Glück gehabt, ne? Und bastel mir in der Mitte ein Diamantschwert und will dann zurücklaufen. Und dann, äh, der Deathmatch-Counter tickt schon und fallt dann runter in die Lava und verreckekläglich. Ist aber auch schwer, da runterzufallen, glaube ich, so weit zu gehen. Ne, man muss ja, man muss ja da in die Mitte gehen, um, um da zu craften, weißt du? Und dann war ich in der Mitte und dann musst du zurückgehen. Ach, craft wolltest du, okay. Ja, ich muss, ein Diamantschwert musst du dir ja immer craften, weil du kriegst ja kein Diamantschwert, sondern höchstens Diamanten und Stöcker. Ich hab ja auch, äh, ne, hab ich doch nicht. Ich dachte, ich hab ein Diamant dabei, aber hab ich nicht. Häufig hab ich ein Diamanten. Wann kraucht denn der Mond endlich ins Ghetto, Junge? Alter Mond, was los? Siehst du den schon, den Mond? Äh, ja, der ist jetzt... Wo kommt der denn her überhaupt? Da, wo die Türme sind. Welcher Turm? Sind viele Türme hier? Ja, so ein Tor. Direkt neben dir, quasi. Tor, Turm, okay. Ähm, okay, der. Ah, da hinten kommt einer. Uh! Uh! Jetzt hab ich so viele Pfeile. Okay, jetzt hab ich keine Pfeile mehr. Jetzt wurden die Kisten nachgefüllt. Siehst du? Oh, ja, 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 ja. Jetzt wird er geklatscht, Junge. Los, los. Go, go, go. Bats, Junge, Bats, Junge. Bats, 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 Bats. Jetzt kommt, äh, ich will nicht sagen, aber rennen. Oh, Mann, oh, ich hab den voll mies gekillt. Oh, jetzt werde ich sprint dich nicht mehr. Oh, jetzt bin ich am Arsch. Ist er hinter mir? Nein, 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 ruhig. Oh, Mann. Der checkt die Kisten. Scheiß, Spacko, ich kill den. Und jetzt checkt er mir meine Kisten ab. Hier ist nur Essen. Hier ist nur Essen. Alter, hier ist nur Essen drin. Scheiße. Hier ist noch ein Bogen. Alter, hier ist nur Essen. Hier ist so dermaßen viel Essen. Hier ist ein Steinschwert, bringt mir nichts. Und Essen. Ich wette, der kommt gleich angelaufen, ne? Ah. Ja, ein Eisen habe ich jetzt. Der sagt bestimmt gleich Team oder sowas, aber er will nicht. Lass mich. Kommt, der ist zu mir gelaufen. Okay, lieber Team, als dass er mich killt. Ich brauche noch ein Eisen, hätte ich ein Eisen. Liegt hier ein Eisen? Ich habe ein Eisenschwert. Wehe, der schubst mich jetzt runter. Das ist jetzt riskant, würde ich mal sagen. Scheiße, ich hatte doch Sticks, ich hatte doch Sticks. Ah, kacke. Wehe, der schubst mich jetzt runter. Es ist noch keine Gefahr. Ja, ich habe ein Eisenschwert. Oh, da kommt einer. Oh, oh, oh. Oh, duken. Ich habe ein Eisenschwert. Und keine schlechte Rüstung. Und keine schlechte Rüstung. Ich sage dir, ich reiße das hier noch. Ich reiße das hier noch. Okay, die beiden schlagen sich. Okay, okay. Vielleicht kannst du da was abstauben. Ja, klar. Ich kill beide, Jörg. Ich muss gar nicht abstauben. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Okay. Go, 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 go. Putz, 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 putz. Der ist nicht schlecht. Aber der ist fast tot mit Sicherheit. Oh, oh, oh. Ja, er rennt weg. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Von der Seite. Ich bin über ihn gesprungen. Ich komme schon. Scheiße. Der hat mich auch gleich gekillt. Jetzt ist er auch tot, oder? Er buggt. Aber. Scheiße. Oh, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Oh. Was hat der alles für Zeug dabei? Viel, viel Scheiß hat der. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob da was Sinnvolles dabei ist. Weh, jetzt kommt noch jemand von der Seite an und killt mich. Das wäre scheiße. Ah, so. Hier, Iron Boots. Die hatte ich nämlich gesehen. Die wollte ich haben. Ist sonst noch was Sinnvolles von dem zum Anziehen? Ich weiß das nicht. Hier ist TNT und sowas. Oh, nach 20 Sekunden geht es schon los. TNT habe ich auf jeden Fall noch. Dann tue ich mir ein bisschen Essen nach vorne. Und dann reicht das auch, oder? Ja. Essen, Essen. Oh, kacke, kacke, Essen. Ah, ich habe noch nicht gegessen. Nein. Jetzt habe ich keine Freude. Oh, 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 oh. Oh, ich gehe neben mir. Die sollen sich erstmal ein bisschen kriegen. Ja, ich muss erstmal essen. Ey, Time out. So, Essen. Gut. Chill. Mhm. Aha. 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 Jetzt komme ich. Hat der Diamantschwert? Ja. Du solltest nicht so da drauf gehen. Ist er hinter mir? Ja. Oh Gott. Nein. Okay, ruhig, 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 ruhig. Ich bin in mein eigenes Netz gesprungen. Ach, die kann man hier gar nicht setzen, ne? Ich war aber kurz in dem eigenen Netz drin. Ne, kann man nicht. Du spielst hier. So, lass die beiden sich erstmal töten. Ich verstecke mich. Ich bin schon längst tot. Chillt. Kommt der angelaufen? Oh, jetzt killen sie sich. Scheiße, aber der macht ja auch keinen Schaden. Oh, oh. Weißt du, weil der kriegt ja trotzdem keinen Schaden. Das bringt mir ja trotzdem nichts. Ich muss ihn von hinten in die Mangel nehmen. So, jetzt kommt der Style. Putz, putz, putz. Vielleicht kannst du ihn runterschubsen oder so. Ja, eben. Eben, das ist eigentlich gegen Diamantschwert. Aber gut, er hat keine Bombenrüstung. Aber er hat eine gute Rüstung. Ah, ha, 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 ha. Jetzt. Ah, ha. Hm. Wenn du ihn nur ein paar Mal triffst, dann könnte das schon reichen, dass du einen Vorschein hast. Jetzt, 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 jetzt. Ja, jetzt muss nämlich der andere kommen. Genau, genau, genau. Jawohl. Ja, komm, ich lass Silvan in Ruhe, weil den klatsch ich eh. Den klatsch ich anyway. Der hat nur einen Steinschwert. Aber jetzt hat der... Yes. Der ist tot. Go, 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 go. Putz. Ja, der Silvan. Du beschaffst es. Ich kriege ihn jetzt nicht. Er hat jetzt aber das Diaschwert ausgerüstet. Scheiße. Ich vergaß. Ich vergaß. Oh nein. Damit habe ich gar nicht gedacht hier. Aber ich glaube, der ist halb tot, also. Oh, oh. Okay. Oh, schade. Isst du erstmal was oder so? Oh, nee, ich kann nicht essen. Oh Gott. Jetzt kommt der an und denkt hier einen Tee oder was. Denkt der? Denkt er wohl, das bringt was. Der merkt jetzt erst, dass er ein Diamantschwert hat, glaube ich. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Wieso killt er mich denn nicht? Ist er... Ich glaube, der hat voll wenig Leben, oder? Ja, eben. Deswegen jetzt... Okay, dann wird er jetzt geklatscht lieber Silvan. Ich treffe ihn ja nicht. Und dann höre ich immer auf zu sprinten, wenn ich die schlage. Warum? Jetzt fängt er an zu schlagen. Yes. Jonge, 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 Aufstrahl. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Warum denn? Ich glaube, es war aber richtig knapp. Ich glaube auch. Ich glaube, der hätte noch einen Schlag gebraucht. Der hat halt mit dem Diamantschwert unglaublich viel Schaden gemacht. Oh, nein. Ich hätte gewinnen können. Es war trotzdem eine gute Runde. Es war trotzdem eine gute Runde. Das stimmt. Auf jeden Fall. Auch wenn du mit Verzögerung dann irgendwann gestorben bist. Ja. Aber, wenn ihr trotzdem nicht genug von Delay bekommen könnt, dann könnt ihr mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Ja. Link ist oben in der Beschreibung. Dann seid ihr dabei. Einfach einmal frei sein, einmal dabei sein. Stimmt. Richtig. Richtig, richtig. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.